Sechs Monate Testzeit und hunderte Quadratmeter Rasenfläche. Acht Mähroboter neuester Generation mussten sich hier im Test der Stiftung Warentest beweisen. Wir geben einen Überblick, was die Geräte leisten, wo es Probleme bei Sicherheit und Handling gibt und in welchen Prüfpunkten manche Mähroboter versagten. Wer einen vollautomatisch rundum gepflegten Rasen erwartet, wird oft enttäuscht. Kanten und Ränder lassen alle stehen. Hier muss man nach wie vor selbst Hand anlegen. Schaffen die Rasenroboter denn wenigstens ein gleichmäßiges Schnittbild ohne Zutun? Auch das kann nicht jeder. Der Bosch liest deutlich sichtbar Rasenbereiche ungemäht. Selbst für die akzeptable Pflege des kleinen 200 Quadratmeter Testrasens benötigte der Bosch 80 Stunden pro Woche. Andere schafften das mit viel kürzeren Einsatzzeiten. Bei größeren Gärten mit Bäumen, Engstellen und Böschung kommen auch andere Mähroboter an ihre Grenzen. Zwischen 450 und 800 Quadratmeter sollen die Roboter laut Herstellerangaben schaffen. Der Robomow RT700 braucht ewig für die vom Anbieter versprochenen 700 Quadratmeter. Für ein gleichmäßiges Rasenbild muss er über 100 Stunden pro Woche fahren. Husqvarna und Stihl schaffen ihre Maximalflächen in 48 und 60 Stunden. Bei Stihl zum Beispiel darf es aber nicht zu hügelig sein. Bei Böschungen über 30 Prozent Steigung kommt es sonst zu Störungen. Anschalten und laufen lassen? Vor allem beim Bosch kann man das vergessen. Er nervt mit vielen Störungen im Betrieb und muss ständig umsorgt werden. Bei Regen macht neben Bosch auch Greenworks Probleme. Beide verkleben durch nasses Gras und müssen dann gereinigt werden, bevor sie wieder mähen können. Wie einfach sind die Roboter an die Rasenflächen anzupassen? Stihls iMo lässt sich gut über das Display programmieren. Er kommt ganz ohne App aus. Das Gegenteil ist beim Greenworks Optimo der Fall. Ohne App lässt er sich überhaupt nicht programmieren. Nur ein- und ausschalten ist möglich. Husqvarna ist mit der App und am Gerät gleichermaßen gut zu bedienen. Besonders viele Probleme im Test zeigten sich erneut bei der Sicherheit. Wird beim Einhell Freelexo oder beim Works Landroid die Stopp-Taste gedrückt, fährt das Gerät trotzdem zeitgesteuert wieder los. Im Test durchgefallen ist der Robomow. Stoppt der Hebesensor das Messer, darf das Gerät nicht selbstständig wieder starten. Macht der Robomow aber trotzdem eine große Verletzungsgefahr. Spielen Kinder im Garten, sollten die Rasenroboter auf jeden Fall ruhen. Immerhin kann, anders als bei früheren Tests, der Fuß eines krabbelnden Kleinkinds nun nicht mehr so leicht ins Messer geraten. In dieser Prüfung drehten alle Mähroboter ab. Aber ein liegender Kinderprüfarm wurde von fast allen Geräten überfahren und angeschnitten. Bei Mährobotern mit feststehender Klinge sind die möglichen Verletzungen erheblich schwerer als bei Geräten mit drehbar verschraubten Fliehkraftmessern. Auch Kleintieren wie Igeln kann eine feststehende Klinge zum Verhängnis werden. Als igelfreundlicher gelten Geräte, bei denen die Fliehkraftmesser unter einer Abdeckplatte verschwinden, wenn sie auf härteres als Gras treffen. Außerdem sollten Nutzer die Mähzeiten so programmieren, dass die Geräte nur am Tag arbeiten. Igel sind nämlich nachtaktive Tiere. Thema Akku. Bei fast täglichen Ladevorgängen vieler Rasenroboter ist ein Akkuaustausch spätestens nach wenigen Jahren wahrscheinlich. Zwischen 55 und 129 Euro kosten Ersatzakkus. Bei Husqvarna, Stihl und Greenworks ist der Akkuwechsel aber nur durch den Fachhandel erlaubt. Alle Testergebnisse und welche Mähroboter zu welchem Garten passen unter test.de-rasenroboter. Weitfärg ένα Räumen